Ich weiss nicht, ob er schon mal auf den Klöffel geschwungen hat. Dann komme ich vielleicht einmal auf den Ring. Hat der Preis überhaupt der Führer aus? Let's go! Sie bekommen immer drei Spiele zur Auswahl und Tätigkeit. Und dann können Sie auswählen, mit denen erfreuen, dass sie das machen würden, weil die zwei geeignet werden. Und wer nicht, wer muss weg. Verstanden, ja. Also erste Kategorie. Es geht um Kochen. Wer euch ein Menü kochen würde, oder wer aber nicht, Ulis Garcia, Meshak Elia und Sandro Lauper. Ja, das habe ich ihm auch nicht getan. Nein, ich glaube es nicht. Ja, ich denke Ulis, das würde ich gerne mal erleben, dass er für uns kochen dürfte. Ja. Senna eigentlich auch. Bei Meshak bin ich mir nicht so sicher. Ja, er hat jetzt auch gesehen mit Ulis und Senna. Bei Meshak, ja. Ich weiss nicht, ob er schon mal auf den Klöffel geschwungen hat. Vielleicht nehmen wir ihn mal umrecht, aber die anderen zwei sind höher im Kurs. Definitiv. Ulis hat halt auch ein Kind. Von dem her muss er vielleicht... Ja gut, Baby Brei, mein Mann. Ja, ja, das stimmt schon. Zweite Kategorie. Es geht um die Zügler. Welche zwei würden Sie zum Haufen zu zügeln fragen? Und wer nicht? Antoni Racioppi, Jean-Pierre Mshamer und Cheikh Nias. Ja, das ist ein Trio, du. Das ist ein neues Trio. Ich glaube, wir würden beide die gleichen zwei Fragen, oder? Ja, also... Jean-Pierre ist schon mal klar. Ja. Der nimmt den Kühlschrank unter den Armen. Er hat nicht den dritten Stock. Und der zweite wäre definitiv, glaube ich, Racioppi. Ja. Der Anto. Ja, Anto. Du wirst ihm einfach sagen, wenn. Das müsste er ziehen und später. Du gibst ihm vielleicht drei Kaffees mit auf den Weg. Und dann kommt er vielleicht mit ein wenig Motivation. Jetzt müsst ihr eine neue Frisur haben. Wie müsst ihr den Klappen streichen? Wäre, würde ich nicht die Haare schneiden? Cessi, Fasi oder Ciro? Schwierig. Also, von diesen drei finde ich, hat der Wessler und der Fasi der bessere Haarschnitt als der Cessi. Ich denke, ja. Jetzt gehen wir mal zu. Also Fasi ist klar. Ja. Ich habe immer am Morgen am 7. schon einen wachen Termin abgemacht. Ja, mit seinem Haarspray, wenn er dann ein Haar tut. Ja, das ist Horror. Ähm. Wäre es eigentlich auch gut? Und Cessi, weiss ich nicht, ob der so Hand-Augen-Koordination, ob der das herbekommen würde. Schwierig. Plötzlich einfach stecken ihn drin. Strich auf dem Ring. Ja, ich glaube, wir müssen das für Cessi nehmen. Cessi ist klar. So wie es uns tut. Ja, mir tut das nicht weh. Ja, mir ist schon ein wenig er, weil er halt mein Nachbar ist. Ich komme vielleicht einmal auf den Ring. Aber ey, ich habe auch bei dem Johnny das Haar geschnitten. Es ist nicht so schlecht gekommen. Ah, wirklich? Ja, ja. Also Gaudino? Ja. Ja. Okay, Schafo. Wer seht ihr am besten als zukünftiger Fussballtrainer und wer nicht? Der Iten, der Rueg oder der Benito? Ja, das ist der Kerl, oder? Also wer nicht? Ja, wer nicht, oder? Ja, er hat es der Iten gesagt. Der Iten? Ja. Wieso? Der Assistent Vance Sierra. Ja, ich bin eher Trainer Sierra und Assistent der Iten. Oder so, ja. Der Iten ist immer so ein bisschen heissblütiger. Ja, heissblütiger. Aber der ist immer so Fussballfanatiker und so. Ja, aber der KB im Fall auch. Schon? Ja. Der KB hat schon einiges auf dem Kasten. Ja, ja, das zweifle ich nicht an. Aber so schau dir die Champions League im ersten Jahr. Ja, ich würde sagen. Schon? Ja. Nein. Der Loris? Ja gut, Loris ist zwar schon safe. Ja, der Loris. Ja, der Loris. Den sehe ich schon. Aber der ist eher so ein bisschen Sportchef, würde ich sagen. Ja, aber vielleicht irgendwie so ein bisschen Rennen anfangen. Ja, ja, das stimmt schon. Komm, dann sagen wir halt den Kevin. Er wird von Zürich kommen. Er wird von Kevin. Er wird von Kevin. Also, wir machen eine letzte Kategorie. Es geht um Musik. Und zwar brauchen wir für neue Geburtstagsparty einen DJ. Oder zwei DJs eben. Aber einer darf nicht, dass die DJ beholt. Wer wäre das der Kamara, der Masseiras oder der Bugrinitsch? Ja. Hat der Paci überhaupt Musik auf seinem Herd? Ja. Ja. Das ist ja so Volksfestmusik. Ja, aber schwierig. Ähm. Also, ich muss sagen, der Comte macht aber gute Musik. So ein bisschen latinomässig. Ja, ich denke, ich denke schon. So spanische Musik. Ja, das ist eine gute Stimmung, würde ich sagen. Ja, ja. Wenn es nicht zu viel los ist. Ja. Von dem her, für eine Arbeit kann man einen guten Mal buchen. Würde ich buchen. Und dann brauche ich noch einen zweiten DJ. Ich habe das Gefühl, da würde der Ali das nicht schlecht ergänzen. Ja, das sehe ich ja. Also, Paci hört den. Paci ist der DJ. Ja. Ja. E-Choice-Type. Also, U-Linitsch. Äh. Jetzt noch Spitznäher. Ja. Ich glaube, so Talos hat so eine uren Deutschrappe. Wie denkst du nicht? Was ist das los? So Rock. Und immer so aggressiv ist, im Fall. Das ist so. Wenn ich da mal muss ja die Aggression kommen. Ich glaube, wir würden uns für eine Kamera entscheiden. Ja. Ich glaube, das wäre ein gutes Thema. Ja. 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 Ja.